willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge nein ist es keine weitere folge sondern es ist mir endlich gelungen dass ich das neue supercell game hier rush wars installiert bekommen habe das ist gar nicht mal so einfach hier mit tunnel software und app runterladen dann im kanadischen app store also es war alles nicht ganz so einfach aber egal ich habe es irgendwann hinbekommen und nach dem startbildschirm begrüßte mich da so ein komischer drache und ich muss jetzt schon die ersten truppen hier setzen ich gucke mal das so funktioniert aber das sieht ganz gut aus ich weiß noch nicht was es für ein game ist ich habe jetzt auch erst nur ein paar kleinere tutorials davon gesehen und so die ersten walkthroughs mehr mehr wirklich nicht kann jetzt aber schon mal auf start gehen und wir können schon mal durch rushen hier war nicht schlecht aber gar nicht mal so schlecht man kann nicht rein scrollen und ich glaube das ist auch mehr als das tutorial hier ist es auch nicht wirklich aber mal gucken ich habe so gut wie gar nicht habe erst vor ein paar tagen davon erfahren und eigentlich mache ich solche solche metzgen hier gar nichts mit anderer anderer idee und für apple geht das auch da muss man andere apple die erstellen und so weiter aber wir haben hier die erste box offen ich bin wirklich mal tap to open box das machen wir mal und tatsächlich kann ich das geben auch nur dann spielen wenn ich irgendwie im kanadischen app store verbunden bin hier oder im google store wir haben eine neue karte den pitcher ok da gehen wir mal nach hause mal sehen wie schnell oder langsam aus ist es geht ganz schnell ist play to free you can speed up terms of service machen wir mal ok die akzeptieren wir natürlich von supercell da ist er wieder der kleine drachen hier der kleine der kleine metall chrisu hier sehr erste champ hier das ist es your champ you can chill out and prepare for your next battle also das ganze game ist natürlich denke ich mal komplett in englisch und mit einem tab auf nächst auf more bekommen wir den nächsten hinweis hitze attack button when you're thirsty for more gold ok also wir pressen jetzt mal den attack button mehr können wir hier im moment nicht machen und wir pressen jetzt mal und ich bin wirklich wirklich mal gespannt wie sich das ganze entwickelt ist es ja eine beta also da darf man auch nicht so viel zu erwarten eigentlich bin ich nicht so der beta tester für für gewisse sachen und die karte hier eins zwei ok da machen wir mal drei und hier kann ich jetzt schon sagen attack ok gucken wir mal die heben hier mit dem schrauber ab fliegen da weg auch nicht schlecht und fliegen in ein anderes gebiet auf der karte place your troops heißt es jetzt ok ich sehe aber gerade der gegner hat auch truppen ich meine ich kann sie jetzt einfach so setzen wie auch immer wir nehmen dann die die dritte pitcherin mal von hinten und sagen jetzt mal starten mal sehen wie die hier rushen ich meine die gehen eh den weg durch egal wo man die eigentlich setzt also schon ein bisschen merkwürdig ist schon ein bisschen merkwürdig und mal sehen wie die jetzt gehen ich kann hier wirklich wenn ich auf dem bildschirm wische es geht hier nichts zu verstellen ich meine die haben so handgranaten also so pitcher like und schmeißen die dementsprechend natürlich auch jetzt müssen die aber die auch schaffen dort ok und die fässer gehen zusätzlich noch mit hoch ich habe schon einen stern also auch hier wieder so ein bisschen das sterne prinzip und mal sehen es ist noch das exklusive training mal gucken ob wir jetzt gleich in die erweiterten einstellungen kommen so dass ich euch mal ein bisschen zeigen kann was man hier eigentlich noch so machen kann wir können hier die box wieder öffnen kriegen 10 gold und kriegen einen ein arkade ok das ist das ist ein spielautomat wie früher so sieht er zumindest aus der hubschrauber ist wieder gelandet wir haben sterne bekommen first airdrop found let's attack again and try out ok wir können noch mal attacken wir sollen jetzt das ding wählen hier ok einen und dazu nehmen sollen wir ein pitcher nehmen zwei pitcher drei pitcher alles klar und gehen noch mal auf attack da fliegen jetzt wieder los tschau tschau searching for gold mines gucken wir mal wo die goldminen sind da oben sind die goldminen 15 gold air troops can be used to take out a group of enemies let them have it ah ok ich kann das ding also nehmen und kann es irgendwo absetzen beziehungsweise ich kann dort truppen in droppen dann machen wir das auch mal ah ok das das waren jetzt nur die bomben glaube ich und ja ich eigentlich eigentlich muss ich ja nur hier oben die sterne haben mal gucken da unten sind ja die gegnerischen truppen und die machen jetzt auf jeden fall schon mal die sterne da kaputt okay mal sehen ob die danach auch noch nach unten gehen um die truppen auch noch zu dezimieren brauchen die aber gar nicht die können nämlich einfach so reinwerfen und dann kommen die aber schon alles klar das ist gewesen 15 gold für mich und drei sterne wunderbar das ist so laut drei ip gibt es hier kept open box machen wir mal kein thema zehn davon ok wir haben nur neu wir haben troopers bekommen dort und noch was neues schiels ok wir gehen mal nach hause mal sehen ob wir immer noch im tutorial sind oder ob es jetzt schon ein bisschen weiter geht auch wir können etwas upgraden hier das heißt wir können hier aber wir können die truppen upgraden ok also selbst prinzip selbst prinzip in etwa wie bei clash of clans oder in anderen spielen also machen wir mal ein upgrade hier für 20 ok der ist aus oder sofort fertig das ist nicht schlecht der braucht also gar keine gar keine zeit hier beginnt er bekommt ein bisschen mehr hier points bisschen mehr damage und ein bisschen mehr treffer punkte beziehungsweise kommen heißt es ist ein einfacher attack troop hier so wie ich das sehe und wir sind level zwei bekommen zehn diamanten würde ich mal so sagen oder juwelen wir können nochmal hier upgraden ok das wollen wir gar nicht machen ich hatte gerade auf das rechte raus geklickt dann können wir das ding hier upgrade dann machen wir das auch mal level eins upgrader headquarter upgraded ok eine freie box ok man bekommt jetzt level zwei plus eins boxen nach oben gold storage kann ich ein bisschen mehr und copper level zwei upgrade ready schau mal also das ist schon mal fertig hier und und ähm you got a chopper aha red upgrade it to carry more troops into battle ok dann upgraden wir die einmal ab ach so ok den müssen wir upgraden damit wir etwas mehr truppen mitnehmen können alles klar im moment sind es fünf truppen oder fünf defenses up to close dann haben wir den auch schon mal upgrade in unseren copper und jetzt sind wir auf uns allein allein gestellt sehe ich gerade jetzt kann ich endlich mal in das menü reingehen sound effekte an musik kann man anstellen google play in ist ich bin im moment connected allerdings mit einer kanadischen aber ich habe ich habe mir im google account in kanada erstellt so muss ich das zumindest machen und mehr kann ich hier nicht machen ich kann also keine sprache auswählen kein gar nichts wird sicherlich kommen wenn sich dies geben du ist jetzt leute es ist eine beta und und den können wir noch mal updaten hier den pitcher oder sieht ja aus wie eine pitcherin und dementsprechend weiß man nicht genau funktioniert das game ist kommt es gut an kommt es gut an bei den leuten kommt es gut an bei der community es ist ab 10 und so findet man das zumindest im kanadischen app store und jetzt muss ich mal gucken free box okay es gibt keine freien boxen ich glaube ich muss irgendwie jetzt attacken denke ich mal goldmine da unten rechts aber das ist noch gesperrt jetzt 10 10 sterne muss ich machen okay zehn stück das ding hier ist neu okay das teil ist neu den nehmen wir in jedem fall wieder mit und da haben wir im moment nichts fünf stück immer noch mitnehmen würde sagen wir nehmen mal so ein bisschen unter truppen mix attack jetzt fliegt der heli wieder los searching for goldmines oder aber schnell gefunden gerade okay let's training base oder last training base ist das sogar send your ready welcome to the rush wars alles klar das ist meine letzte trainingsmission advanced training steht da oben auch alles klar place your troops jetzt muss ich mal gucken wie ich an die drei sterne am einfachsten komme ich würde sagen wir nehmen den hier hinten könnte der da was bringen rush hat oder hat nicht viel gerasht da ist oder ist ein bisschen was rausgekommen alles klar mal sehen wie diese einheit funktioniert okay das sind so welche hier und zwei pitcher hinterher und wir haben aber noch wir haben noch mehr mehr trupps okay dann gehen wir hier mal so rein das muss ich sicherlich noch üben wie das funktioniert alter falter aber gar nicht mal so gar nicht mal so schlecht ich wollte euch heute in jedem fall vorstellen habe das tutel mal gespielt wenn ihr euch das vorstellen könnte dass ich da mal ein bisschen mehr von bringe dann muss ich mal gucken die tunnel software sind immer sehr zickig das heißt entweder brauchen sie ein kauf upgrade dass man ein bisschen mehr megabyte runter lädt oder aber auch das packt man nicht na ja 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 ein haben wir nur geschafft victory haben wir trotzdem gewonnen okay haben noch mal gerade so eine loot boxen oder habe ich noch nicht genug gelernt da muss das das muss ich noch packen okay wir haben ihn als neue einheit rein bekommen und wie ist mein name hier ja wie können wir den weg können wir uns denn nennen hier tc würde ich sagen toto clasht was meint er tc ist ganz ist ganz in ordnung kann man bestimmt später umbenennen und deswegen nehmen wir das einmal so gold mine aha jetzt kann ich auch hier unten klicken die fans so eine die fans zu vorwärter gold mine produce gold and you earns and you stars okay place defenses auch ich kann hier die fans sehr sehr cool okay place defenses safe and go home ich habe ja ich habe natürlich die letzten hier so ausgewählt ach ne ich muss die defense her glaube ich wenn dann schon hier irgendwo platzieren gucken wir mal da zwei minen die hier nach nach dort alles klar so läuft so läuft der hase das muss ja natürlich mal ein bisschen ein wenig mehr üben hier hier unten nehmen wir mal noch welche da unten kriege ich gar keine hin warum nicht da sind die minen schon okay da sind schon die minen und das war safe and go home alles klar das haben wir gemacht und was ist das für eine höchste für eine hütte so what did he tell us about and can you really trust a dude in a dinosaurier kostüm eigentlich kann ich ihm nicht wirklich vertrauen we see him eats pb wie heißt das j sandwiches in sehr okay aber ich habe hier unten jetzt ich habe hier unten jetzt eine tour alles alles klar das ist eine freelo tour oh zwei gems alles klar ein bisschen gold passt jawohl und wieder was neues die kanone ein paar truppen schilde bekommen wir dazu können wir upgraden können wir upgraden und ich würde sagen das machen wir auch die die kollegen hier die geränen wir eben ab für 20 jawohl dann haben wir die auch schon mal auf auf zwei kriegen bis mail point ein bisschen mehr schild die sind so ähnlich wie die skelette in clash of clans sie verlieren auch erst ihr schild und danach werden sie oder können sie angriffen werden die defense können wir okay das ist eine neue defense hier ich lese mir das mal ein bisschen genauer durch leute und commander habe ich allerdings noch nicht und mal sehen ich kann nur upgrades only also hier kann man schon relativ viel schalten jams kann man sich natürlich auch kaufen schön in euro ist das euro ist euro oder das ist ja irgendwie kein dollar zeichen auch nicht schlecht also irgendwo erkennt er ja doch meine region das hier ist team locker play bis team age play donation games mal gucken mal sehen team donation feinde team weil sehen ob ich mein eigenes team aufmache seit an jedem fall mal gespannt was wir so machen können hier können wir daily deals auch rausholen die kosten allerdings ein bisschen gems hier kann man gold kaufen hier kann man james kaufen okay den haben wir also da wird mir immer noch ein 1 angezeigt aha karten kann ich hier kaufen ich kann ganz viele karten kaufen jetzt ist das auch weg hier das ist mein battle lockier attacks und defenses die werden jetzt auch erst protokolliert in den einstellungen hat sich nicht mehr gemerkt mehr getan also wenn ihr ein bisschen mehr hiervon sehen wollt ich habe das ja jetzt relativ kurzfristig aufgenommen dann schreibt mir das ruhig in die kommentare wenn euch vorstellen könnt dass ich hiervon ein bisschen mehr zeige vielleicht können wir das ganze ja auch zusammenspielen das wäre natürlich super super krass wenn wir hier etwas zusammenspielen könnten ich bin hier auch in einem league prozess alles klar hier gibt es also ähnlich wie bei der broad stars ladder oder auch bei clash royale gibt es hier was zu erfolgen alles klar also wo man erfolge reinfahren kann auch nicht schlecht also wie gesagt ich wollte euch das nur kurz vorstellen wenn ihr euch das vorstellen könnt dass ich das ein bisschen mehr bringe dann schreibt mir das ruhig in die kommentare ich wollte es einfach mal für euch anspielen jemand hatte geschrieben torsen kannst du mal vorstellen habe ich damit gemacht ich habe es halt erst mal nicht gedownload bekommen weil ich die ganzen tutorials nicht verstanden habe aber ich habe es dann gepackt und ich würde sagen bis dahin ist der tuto wieder wie heißt das hier rascht